Unser Album füllt sich immer mehr und mehr Leute und wenn ihr jetzt auch die Euro 2020 Sticker sammeln wollt, könnt ihr mich sehr gerne supporten, kostenfrei über den Link unten in der Videobeschreibung. Hey Leute, was ist das für euch? Und willkommen in der nächsten Folge von Let's Collect Panini Euro 2020. Ich habe 10 Stickertütchen am Start und ja, heute werden wir insgesamt wieder 50 Sticker einkleben, Leute. 50 Sticker, die in unser Let's Collect Sticker Heft mit reinkommen. Hier ist es, ich habe schon ein bisschen rangezoomen, dass wir auch direkt starten können mit dem ersten Pack, Leute. Let's go! Mal gucken, welche Sticker wir heute bekommen. Als erstes begrüße ich auch den FUBO, den Football World. Er hat nämlich gestern einen Kommentar geschrieben, er guckt mich seit zwei Jahren, ist aber seit einem Jahr Abonnent. Da kann ich euch ans Herz legen, Leute, wenn ihr meine Videos guckt, aber noch nicht Abonnent seid. Ihr könnt euch kostenlos einen YouTube-Account erstellen, da gibt es keine Kosten, wie gesagt, YouTube-Accounts zu erstellen, ist kostenlos. Und ein YouTube-Abo ist auch kostenlos, also da müsst ihr nichts zahlen oder so. Um ja hier auch Kommentare zu schreiben, um dem Video ein Däumchen nach oben da zu lassen, um Benachrichtigungen zu bekommen, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, etc. Wir starten mit Nicolo Varela aus Italien. Dann haben wir Yannick Carrasco aus Belgien, Kiefer Mohr von Wales, Kai Walker aus England und das Schweden-Mannschaftsfoto, die linke Seite. Ja, die linke Seite davon. Nächstes Päckchen, oh, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann am Start hier von den Franzosen. Joe Gomez, der nächste Engländer. Roman Bezus, ich glaube, die Ukraine. Oh, da haben wir so viele Sticker jetzt, no joke, das werden wir am Ende sehen. Weil Ukraine ist ja, ich glaube, mit einer, nee, ist glaube ich, nee, einer der letzten. Ich glaube, die letzte ist Wales und davor ist Ukraine. Dänemark-Logo und dann haben wir noch Rasmus Schüller von Finnland. Ja, Wolski. Leute, da oben hängt meine Kamera an der Decke, deswegen gucke ich hier ab und zu mal so ein bisschen nach oben. Lul. Wen haben wir hier? Ross Barclay aus England. Ja, dritte englische Sticker schon. Spina Zola aus Italien. Kami Glick, der Abwehrchef der Polen. Alter, was geht denn heute mit England ab? Harry Maguire und Connor Roberts von Wales. Nächstes Pack. Alter, jetzt reicht es mal langsam hier. Ben Chilway, guckt euch das an. Der fünfte Engländer. Kroatien. Manschersfoto, rechte Seite. Dann haben wir Joni Kauko aus Finnland. Federico Bernadeschi und Hugo Lurie als Kapitän von den Franzosen. Wenn ihr die gestrige Folge verpasst habt oder wenn ihr euch noch weitere Euro 2020 Unboxings angucken möchtet, findet ihr auf meinem Kanal die komplette Box. Ihr findet die internationale Serie Unboxing Battle, Würfel-Draft-Challenge und natürlich auch die letzten Folgen von Let's Collect. Legt Russland, rechte Seite vom Torjubel. Sergej Petrov aus Russland. Ukraine, linke Seite vom Mannschaftsfoto. Niederlande, rechte Seite. Und Ruben Diaz, der erste Porto Giese. Und wenn ihr auch morgen gegrüßt werden wollt von mir, ich werde nicht jeden Tag einen Kommentar einblenden, sondern vielleicht morgen auch mal fünf Kommentare einblenden oder so. Wie gesagt, schreibt einfach immer Kommentare und wenn ihr Glück habt, dann seid ihr vielleicht beim nächsten Video mit dabei. Cristiano Biragi, Cristiano Ronaldo aus Italien, Mico Lenko, ich glaube den habe ich schon. Das könnte der erste doppelte Sticker sein in der Serie. Tim Sparff, Chiqui aus Russland und Juan Bernat. Und wir wissen jetzt auf jeden Fall, wer schuld ist, wenn wir diesen Sticker aus der Ukraine doppelt haben. Es ist Juan Bernat schuld. Ganz klar. Juan Bernat ist dann schuld. Lukas Jadetski aus Finnland. Robert Lewandowski. Jetzt geht es rund hier. Ich habe halt nur einen Arm hier. Robert Lewandowski. Oh, mit seinem Torjubel hier. Jawoll, geiler Sticker. Also dieser Robert Lewandowski-Sticker und der Ronaldo-Sticker sieht auch extrem geil aus. Kevin Strohmann aus den, aus von den Niederlanden. Denzel Dumfries Niederlande. Und Kroatien Torjubel. Oder Jubel nach dem Spiel. Hier linke Seite davon. Drei Päckchen habe ich noch. Drei Päckchen habe ich noch. Und dann können wir auch schon starten, die Sticker einzukleben. Karawajev. Leo Dubois aus Frankreich. Axel Witsel, Belgien. Karim Onisivo aus Österreich. Ich wollte schon sagen, ist das Lord Bentner, aber ich glaube, Lord Bentner gibt es nicht mehr. Joachim Andersen aus Dänemark. Nächstes Päckchen. Nächstes Päckchen. Serhi Bolbart aus der Ukraine. Nächster Shuttley aus Belgien. Dann haben wir Joe Rodan aus Wales, Österreich. Linke Seite Manchester's Foto. Und der nächste Italiener ist Andrea Belotti. Hatte ich den schon oder hatte ich den noch nicht? Jawohl. Im letzten Pack, Leute. Im letzten Pack. Die Stickertüten stammen natürlich hier aus unserem Display. Sehr klar. Dann haben wir hier... Stand Torjubel mit Serge Gnabry, Jonas Sektor, Julian Brandt und Kimmich. Die rechte Seite davon. Die rechte Seite vom Jubel von Frankreich. Bernardo Silva aus Portugal. Der nächste Ukrainer. Ukrainer. Kovalenko. Und Jesse Joronen aus Finnland. Also ich habe heute wirklich einige Sticker dabei von einigen Nationen, wo ich 4, 5, 6 Sticker habe. Und das ist mega. Also wirklich mega, mega, mega geil. Und wir klären jetzt die Sticker ein. So, dann würde ich sagen, blättern wir mal auf. Hier von den ersten zwei Seiten hatten wir gar keinen. Da hatten wir gestern den offiziellen Spielball. Heute aber nicht einen einzigen Sticker. Ich kann ja dieses Album so... Ja, ich denke mal so ist es besser. Zack. Dann machen wir weiter mit Österreich. Da hatte ich zwei. Einmal Unisivo und einmal hier die linke Seite vom Mannschaftsfoto. Das ist Sticker Nummer 2 aus Österreich. Und da muss man halt gerade bei diesen Stickern immer aufpassen, dass man die, gerade die Sticker ordentlich einklebt. 28 ist Unisivo. Unser zweiter Spieler von den Österreichern. Und Grüße gehen raus an alle österreichischen Zuschauer, die hier gerade die nächste Folge Let's Collect sich reinziehen. Und drei Belgier. Axel Witsel, Neser, Schatli. Alter, und guckt euch Belgien an. Belgien ist auch schon gut bestückt. Witsel, Schatli und Carrasco. Also die erste Seite könnten wir in den nächsten Folgen schon voll bekommen. Vielleicht sogar morgen schon, Alter. Janik Carrasco. Batz. Axel Witsel. Auch der kriegt hier seinen Platz. Sehr, sehr, sehr geil. Ich bin schon jetzt, Leute, ich bin heute schon nervös auf das Spiel am Samstagabend, wo ich hier gerade Axel Witsel sehe. Ihr wisst, wo Axel Witsel spielt beim BVB. Und ihr wisst, wer am Samstag gegen den BVB spielt. Richtig, Hertha, BSC. Das wird ein richtig geiles Spiel. Hertha ist gut drauf. Dortmund, ja, 1 zu 6 gewonnen. Würde ich sagen. Sind jetzt auch nicht so schlecht drauf. So, Kroatien. Kroatien hatten wir. Ah ja, Mannschaftsfoto und Jubel nach dem Spiel. Das ist natürlich... Ich hätte lieber beide Sticker vom Mannschaftsfoto oder beide Sticker vom Jubel oder so. Weil jetzt... Oh, guckt euch den an. Der ist kreuz. Alter, nein. Guckt euch das an. Ja, ja. Schon besser, aber so 100% zufrieden bin ich mit diesem eingeklebten Sticker leider nicht. Mist. Müssen wir mal gucken, wie das aussieht, wenn ich dann die rechte Seite davon einklebe. Der passt auch. Und dann habe ich keinen weiteren Sticker mehr von Kroatien. Von Tschechien habe ich diesmal gar keinen. Ne, ich glaube nicht. Ansonsten bleibt er am Ende übrig. Dänemark-Logo und Andersen. Andersen kommt da hin und Dänemark-Logo natürlich an erster Stelle. Ich finde, die Glitzer-Sticker bei dieser Serie habt ihr sicherlich mitbekommen. In den Unboxings, die ich schon gemacht habe zu der Serie, das Glitzerne hier. Das ist irgendwie aus einem anderen Material oder mit einer anderen Folie überzogen wie das Logo. Also es fühlt sich einfach anders an. Wenn ihr die Sticker ausgepackt habt und die Sticker selber habt, wie gesagt, könnt ihr sehr gerne unten in der Videobeschreibung mal euch ein bisschen umschauen, ob da was Interessantes für euch bei ist. Es müssen jetzt nicht unbedingt die Euro-Sticker sein, aber von den Euro-Stickern spreche ich ja gerade. Wie gesagt, erster Link in der Videobeschreibung. Jetzt geht's rund, Leute. Jetzt haben wir die Engländer hier. Oh shit, Mann. Fünf Stück, wie viele habe ich schon? Drei Stück habe ich schon. Ich habe die Sechzehner hier. Kai Walker als erstes. Also die Engländer. Na, Handy, sei ruhig. Was ist da los? Tschüss, Handy. Mann, das Handy stört hier. Ich hatte leider meinen Ton hier noch an. Ja, moin. Kai Walker. Dann Ben Chilway. Mit der 14. Harry Maguire ist doch hier auch auf der linken Seite. Eigentlich fast. Ne, ist er nur verteidig. Ne, Ross Barclay ist der einzige Nicht-Verteidiger hier. Ross Barclay. Und der kommt dann da oben rechts hin. Und die anderen beiden. Dann noch auf der linken englischen Seite. 13 und 11. So sieht's aus. Harry Maguire. Mit dem Jahrhundert-Transfer zu den Red Devils zu Manchester United. Das sieht auch schön aus. Joe Gomez. Vom FC Liverpool. Die Premier League geht ja auch bald los. Ne, wieder. Mit dem Restart der Premier League. Die Premier League-Sticker bekommt ihr übrigens auch. Also die Premier League-Sticker, die ihr schon kennt. Gibt's übrigens auch nur im Panini Online-Shop. Die kann man nicht nirgendwo so kaufen. Weil da auch ein paar nachgefragt hatten. Juan Bernat. Juan Bernat mit der 13. Und Juan Bernat kommt da hin. Und der klebt ordentlich im Heft. Finnland. Finnland hatte ich auch. Fünf Stück sogar. Fünf Stück. Beide Keeper. Lukas Sadecki und Joronen. Zack. Also beide Keeper hier. Und Tim Sparff habe ich sogar auch. Lukas Sadecki von der Werkself. Irgendwie wenn ich Lukas Sadecki sehe, denke ich immer noch, dass Lukas Sadecki bei Frankfurt spielt. No joke, Alter. Jesse Joronen. Joronen. Patz und Tim Sparff als Kapitän. Der natürlich hier oben schön in den runden Ball mit reinkommt. Zack. Ups. Jetzt hätte ich fast die Seite richtig zerknickt, ne? Junge, da hatte ich gerade nochmal Glück gehabt. Huh. Das wäre ja was gewesen. Rasmus Schüller und die 22. Dahin und dahin. So langsam. Man merkt und sieht Fortschritte, oder? Man merkt und sieht Fortschritte. Und das ist mega. Wenn sich das Heft immer so langsam füllt. Und bis dato. Habt ihr schon den doppelten Sticker gesehen? Ich hab noch keinen gesehen, Leute. Es läuft wunderbarski. Es läuft wirklich wunderbarski. Joni Kauko aus Finnland. Zack. So. Dann haben wir Frankreich. Frankreich hatte ich auch einige. Die rechte Seite. Jawohl. Wir haben das erste. Den ersten Sticker von so einer Art voll. Also es sind ja nur zwei, aber trotzdem der erste, den muss ich jetzt hier ordentlich. reinhauen und da sieht man es halt. Da sieht man es. Der Sticker ist jetzt zwar ordentlich eingeklebt hier auf der, auf dieser mittleren Linie, sage ich mal. Aber dadurch, dass ich diesen Sticker hier minimal so schräg eingeklebt hatte, ist jetzt hier unten dieser weißer Strich. Damit bin ich leider nicht zufrieden. Aber so, so schräg ist es wieder auch nicht. Da bin ich vielleicht selbst ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu genau. Aber gerade bei solchen Stickern passiert dann sowas halt. Das ist schade. Leo Dubois mit der 16, der hier nach unten rechts in der Ecke mit reinkommt. Bam und Antoine Griezmann. Und Antoine Griezmann nimmt Platz nicht neben, neben Mbappé, sondern so schräg über Mbappé. Weil neben Mbappé kommt Kingsley Coman, der FIFA-Hack Ben Yedda und Nabil Fekirch. Deutschland, hatte ich auch den Torjubel-Sticker. Die rechte Seite nämlich davon, die Nummer 5. So, bitte ordentlich, Dennis. Lasst mal mal so gelten. Ich glaube, der ist auch minimal schräg drin. Werden wir aber dann sehen, wenn ich halt die andere Seite davon bekomme. 5 Italiener. 20, 12. 12 kommt hier vorne hin. 13 kommt hier vorne hin. Also 2 auf der ersten Seite. Cristiano Biragi. Also bei den einzelnen Stickern habe ich überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, da habe ich bei den einzelnen Spielerporträts, habe ich alle ordentlich eingeklebt. Bei den Puzzleteilen sage ich mal, also das ist ja kein richtiges Puzzle, das sind zwei Sticker. Also ich bitte euch. So 20, 24 und 27. 27, 24 und ich finde das echt krass. Das bis dato. Nicht ein einziger Sticker doppelt ist. Wie viele Sticker hatte ich jetzt insgesamt? Also wie viele Sticker Packs habe ich jetzt insgesamt ausgepackt in der Serie Let's Collect? 30? 25 und nicht ein einziger Sticker doppelt. Das ist schon mal gut. Und wir wollen ja dieses Album hier komplett mit einer Box füllen. Ob wir das schaffen? Das werden wir herausfinden. Das werden wir in Let's Collect herausfinden, Leute. No joke, true story. Da ich ja jeden Tag Sticker Packs auspacke von unserem Display. So ein Niederlander. Hatte ich doch auch. Drei Stück. Rechte Seite vom Manchester's Foto. Hier. Dieses Wemble, sage ich mal. Sieht ein bisschen aus wie Paraguay. Aber wenn man dann genauer hinschaut, sieht man das niederländische Logo. Warte, der ist schön drin. Der ist schön drin. Strothmann mit der 18 auf der zweiten Seite. Und auf der ersten Seite kommt noch Denzel Dampfries. Hierhin. Zack. So, Kevin Strothmann mit der 18. Von Olympic Marzell. Und der klebt auch ordentlich. Robert Lewandowski lächelt mich da an. Und gestern hatte ich ja hier Pjontek, Leute. Kami Glick kommt hier hin. Und Lewandowski oben links. Als Kapitän der polnischen Nationalmannschaft. Auch an alle polnischen Zuschauer. Grüße gehen raus an euch. Vielleicht versteht ihr mich. Vielleicht guckt ihr auch nur Let's Collect. Aber ja. Und versteht mich gar nicht. Lul. Gami Glick. Ist auch ordentlich im Werft. Und jetzt haben wir nicht mehr viele Sticker. Portugal. Ruben Diaz und Bernardo Silva. Ruben Diaz auf der ersten Seite. Ich glaube auf der zweiten portugiesischen müsste ich sogar drei, vier Stück haben. Glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. So sieht es aus. Vier Stück. Und Bernardo Silva reiht sich damit ein. Wie viele Silvers es gibt bei Portugal. Krank, Alter. No joke. Rafa Silva. André Silva. Bernardo Silva. Allein auf dieser Seite hier. Allein auf dieser Seite drei Silvers. Und auf der. Ups. Auf der Seite sind es nochmal. Äh. Gar keiner. Lul. Huch. Huch. Russland. Drei. Portrait. Und dann hier. Jubel nach dem Spiel. Die rechte Seite mit Sticker Nr. 5. Und der sitzt ordentlich. So. 12. So. 14. 15. Ja. Wie? Hahaha. Kommt euch das an. 14. 15. Perfekt. Kein Doppelt. Alle können wir einkleben hier. Wenn das immer so laufen würde, ne? Mega. Chigia. Tada. Äh. Petrov. Und auch. Äh. Äh. Vyacheslav Karavayev. Zack. Schön. Dann haben wir die Schweizer. Da hatten wir gar keinen Schweden. Och Mist, Alter. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, ne? Dass ich hier die linke Seite vom Mannschaftsfoto hatte. Lieber hätte ich hier unten genommen. Ihr wisst ja, dass der Jubelsticker da. Jubel. Aber egal. Muss man ja auch einkleben. Deswegen halb so wild. Türkei hatten wir gar keinen Ukraine. Jetzt wird es interessant. Weil in der Ukraine kleben schon einige. Und jetzt kommen nochmal vier dazu. Dann noch die linke Seite vom Mannschaftsfoto. Linke Seite vom Mannschaftsfoto. Nr. 2. Zack. Und dann haben wir hier die 13 und die 14. Hahaha. Als hätte ich es wieder geahnt. Kovalenko und Besouz. Ich habe wirklich keinen einzigen Sticker doppelt von den Ukrainern, die ich heute gezogen habe. Krank. Wirklich. Also das ist echt mega. Eine mega, mega gute Quote. Noch nicht einen einzigen. Leute, wir haben noch nicht einen einzigen Sticker doppelt in der Serie. Let's collect. Wie heftig ist das denn bitte schön. Viktor Kovalenko. Altes Haus. Komm rein hier. Kovalenko. Bats. Dann Serhi Bolbert. Ich weiß gar nicht. Ist England vollständiger oder ist die Ukraine jetzt vollständiger? Ich glaube, Ukraine ist mit auf Platz 1 derzeit. Nummer 13. Mikolenko. Bam. Und dann haben wir hier noch die letzten Nationen. Das sind nämlich die Waliser. Und da sieht es ziemlich dürftig aus bis jetzt. Hier kommt wenigstens einer noch hin. Connor Roberts. Mit der 13. Und auf der anderen Seite. Da sieht es ein bisschen besser aus. Ach, hier kommt noch einer. Joe Rodon. Der kommt auch mit der 16 da unten rechts noch hin. Perfekt. Dann sieht es wenigstens bei den Walisern auch ein bisschen besser jetzt aus. Rodon. Und dann habe ich auch nicht. Das ist Kiefer Moor. Mit der 28. Jawollski. Und dann würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge von Let's Collect, Leute. Wie gesagt, wenn ihr auch die Sticker sammeln wollt, ihr wisst ja, Link unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich. Wir sehen uns morgen wieder. Wir sehen uns morgen wieder mit weiteren Videos hier auf meinem Kanal. Und natürlich um 18 Uhr mit Let's Collect. Ich hoffe, ihr seid wieder am Start. Haut rein. Und Tschüssi, Kowski. 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 Tschüssi, Kowski.